so ein schon geschafft ich dachte wir müssen drehen 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 einfach drehen einfach kreis drehen ja ich wusste ich welche richtung ich glaube der affe ist der endboss war nein 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 guck mal wir müssen das rohr da unten irgendwie da muss ich wahrscheinlich rein ja die batterie krieg musst du über reindrücken kleiner fluch da steht immer noch keine batterie ja weil wir weißt du warum wir müssen erstmal die nein wir müssen die roja warte guck mal so noch mal drauf springt noch mal nein so stopp stopp warte 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 nicht ja ich weiß ich weiß ich weiß warte kummer und das machen wir jetzt anders genau jetzt kann ich doch hier drauf treten soll jetzt springt noch mal auf das wort drauf jetzt kann er sich nicht mehr drehen jetzt kann ich die batterie da rein tun und dann beobachtungszentrale ich hätte nicht gedacht dass das noch so lange geht das game oh 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 nein kein roten knopf der drei level Schieß auf sie, lass mich in Ruhe, schieß auf sie, ja, jag sie, sie war böse, sie war ... Tu irgendwas! Ja, ich, ich... Tu irgendwas! Lauf mal hier hin! Tu irgendwas! Lauf mal hier hin, lauf hier hin zu mir! Du musst in meinem Kreis laufen, so. Gott, schau ich nicht. Ich muss mal gucken, oh, ja. Bist du irgendwo... Uah! Er ist auf dich, er ist auf dich! Ja, jetzt musst du, jetzt musst du, äh... Ja, wo ist er? Der da, genau, bleib da drauf stehen! Hier bin ich! Hier bin ich! Ja, hier bin ich! Ja, ich komm, ja, ich muss ihn da hinlenken! Hey! So. Boah, das sieht aber nicht viel ab, ne? Red Level Beta! Kill the Traitors! Don't start to crash! Hier bei Star Wars! Nein! Ich will nicht sterben! Jetzt muss ich wieder laufen! Richtig! Ich vermute es! Ah! Hier hinten! Bei der Tür! Ja, ich lauf hin! Lauf einfach im Kreis die ganze Zeit! Ja! So! Bin schneller! Du Affenpok! Der Affenpok! Der Affenpok! Ah nein! Ich muss hier... Oh, ich hätte das runter machen müssen! Ah! Hab ich getroffen, ja! Ja! Los! Auf ihn! Elke, brüll! Warte, 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 warte! Du musst auch unten anfassen! Ja, ja, ja! Jetzt sie dann drücken! So, der Laser ist ab! So! Ah! Bomben! Rackets! Hey! Just run, Cody! Ineinander laufen! Aua! Gut! Das hast du gut gemacht! Oh! Ich bin auf der Rakete! Ich will auch auf der Rakete! Gerardimo! Ich habe Selbstmord gemacht! Ah! Das zieht uns nichts ab! Einfach laufen! Hi! Das ist ganz schön schwer, die Dinger zu steuern! Ja, ja! Bam! Oh! Ich habe gedacht, ich kann da so rüberspringen! Oh! So! Jetzt! Harry Potter! Potter! Bam! Nochmal! Bam! So! Letzte Stufe! Ja! Muss rein! Los! Stell! 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 Die Fresse! Ich bin drückt! Ich bin drückt! Ja! Ich habe ihm in der Fresse! So! Jetzt mache ich mich ganz groß einfach! Nein! Mach beeil dich! Ja! Ich kann doch nichts machen! Ich bin drückt! Ich habe das schon lange durchhalten! Boom Baboon! Stop it! Don't you remember me? It's me! Ist alles falsch strom! Ich komm! Oh! Ich bin gestoppen! Ah, halt durch! Schaffst doch schon! Ich werde gespringen! Nein! Ich bin gespringen! Ah, ich bin schon wieder gestorben. Ich muss langsam machen, das nutzt nichts. Hier ist ein überlaser. Ja, du schaffst das. Du bist voller Laser und so. Hier kommen immer mehr Laser. Ja, ich laufe ja schon. Ich muss erst mal ganz hochkommen. Du darfst halt nicht vergessen, ich bin halt nur nötig. Ich bin tot. Nein, halt durch. Ja, ich bin tot. Ja, halt durch, halt durch. Hier wird es immer enger. Oh nein, ich bin gestorben. Ich bin wieder da. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gleich tot. Was war das, du bist nicht gleich tot? Oh nein, ich bin so klein, ey. Das ist so viel, was ich hier hoch muss. Da, ich hab... Warte. Ah, das ist krass. Harias nicht. So, Rinder, und jetzt. Ja, ich bin ja eh schon drin. Ah ja. Ich weiß auch, wie man das Ding fliegt. Egal, schieß ihn ab. Hey, May. What's going on? Get ready. I'm going after him. Hey, I found something. Oh ja. Schieß es. Oh ja. Jetzt musst du schießen. Ich muss fliegen. Das wird eine Katastrophe. Keep him in sight. Äh, ja. Das wird's. Ja, guck mal, wie das bei mir aussieht, ey. Ich seh ihn nicht mehr. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Rechts, rechts. Geradeaus. Guck mal, du siehst bei mir den Pfeil hier da. Guck mal, ja, aber... Cheers. Oh, schräg rechts oben. Ja, du guck mal, bei mir der Pfeil, der sich da mal dreht. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da ist er. Versuch ihn in die Mitte zu kriegen. Oh, bam. Feuer getroffen. Aber voll ist Matt. So, Astronaut. Ja. Ja. Moombaboon. Wie können wir zurückkommen zu Rose? Ich kann nicht, dass du sie verletzt hast. Ich bin sie beste Freundin. Hallo, sie hat nicht mit dir gespielt, seit Jahren. Okay? Du hast sie monitoriert. Komm, einfach beantrein. Vielleicht können wir uns helfen, dass du wiederholen kannst. Huh? Du denkst so? Ja. Ich kann mich mit Rose spielen, mit dir wiederholen. Aber du musst uns helfen, dass wir zurückkommen zu ihr. der roter knopf ist immer wieder ja 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 wie promise was jetzt geschafft haben zumindest sie tut's gar nicht Es ist uns! Was? Sie kann uns nicht sehen! Lieber! Wir brauchen zu sprechen! Wir brauchen deine Träume, um den Schmerz zu verbrechen! Lieber! Sie können uns nicht fühlen! Was werden wir tun? Oh, wir dürfen Geister spielen? Ich würde die so fällig machen! Wir brauchen die Kraft, die sich um sie zu verbrechen! Ja, das ist perfekt! Lass uns etwas zerstören, das Rose liebt, um sie zu kreien! Was? Der Elefant! Rose liebt den Elefanten! Doch, den Elefanten! Ich stürze mich da runter, ich mache mich riesig und dann stürze ich den darunter, das spielt Godzilla! Oh mein Gott, Mae! Das ist eine großartige Idee! Wir sind so schlechte Eltern! Oh Gott, unter dem Bett! Sieht aus wie bei Lukas! Guck mal, was hier alles drin hat! Was wird sich? Alles da! Oh! Da war eine Grenze! Ja, da ist eine Grenze! Guck mal, hier hinten raus! Was hat die denn da? Ein Apfel, Spielzeug! Guck mal da hinten! Die Bälle! Ja! Das ist doch nicht ihr Zimmer! Naja, wir sind mini klein, das darfst du nicht vergessen! Ja, guck mal! Aber hier ist das Bett und die hat ein Loch im Boden! Oh, was ist das denn? Bällebad! Oh! Verdammt! Ja, ich wollte auch! War doch nicht! Hier, Hinke-Picke! Wir können Hinke-Picke spielen! Wo? Hier! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8! Oh! Ja, bleib mal schön stehen, da warte! Kann ich mich eigentlich eigentlich noch groß machen? Ne, ich kann mich auch nicht mehr groß machen! Ähm, hier hinten muss ich rum! Da, guck mal, jetzt kannst du! Wo denn? Links! Weiter links! Ach, da! Warte! Ich will auch so ein Bällebad! Ja! Wir sollten in die Bälle kommen! Ja! Du solltest über die Bälle kommen! Du solltest über die Bälle kommen! Ja! Du solltest über die Bälle kommen! Oh! Oh! Sag mir Bescheid, wenn du springst! 1, 2, 3, los! 1, 2, 3, los! 1, 2, 3, los! 1, 2, 3, los! Und drauf! Ah, warte! Entschuldigung! So! Diesen Mauseloch! Oha! Und die 6! Zack! Schwing dich! Ui! Ja! Okay! Ab ins Mauseloch! Ekt! Oh! Meine Bürste! Mit Haare! Äh! 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 Was ist das? Haargummis? Wäsche klammern? Pflaster? Ist ja ekelhaft! Was zur Hölle? Okay! Ui! Ich bin tot! Ich bin drüben! Ja! Ah! Hier! Schweinchen! Ich mache Pferd! Uiihihihi! Du musst vorschliffen! Du musst mir den Weg freimachen! Guck mal, stell dich mal aufs Schweinchen! Warte! Ich muss mir in mein Ohr jacken! So! Okay! Du musst mir das sagen! Ich äh! 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 Ja! Das war jetzt zu schnell! Habe ich jetzt nicht mit gerechnet! Alles klar! Okay! Okay! Erstmal das! Dann die Maus! Muss links rüber! Äh! Maus! Ja! Oh! Oh! Da war nichts! So! Auf geht's! So! Ich bleib hier links! So! Jetzt kommt Maus! Genau! Und dann kommt Löwe! 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 Ich hab nur Pferd! Schaf oder Maus? Links! Mitte! Mitte! Schwein! Rechts! 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 Hambach! Löwe! Jetzt musst du das machen! Okay! Er ist den Frosch! Äh! Was hast du denn? Äh! Hund! Hund! Löwe! Und dann... Schaf! Mäh! Und... frosch geschafft ich glaube das war es ja ich habe es ist hier oben jetzt bist du auch wieder ganz unten